herzlich willkommen bei let's play fifa 15 part 2 machen wir mit dem sechsten spieltag der turnier initial weiter wir spielen jetzt gegen quilmes ac das ganze wird ausgedreht im stadio classico und das spiel ist angepfiffen wir spielen vor rechts nach links und köln ist von links nach rechts wir sind bei bis jetzt aus dem außen persönlich nach innen zu kommen der steiferspannter gar komposition aber der verteidiger von quilmes ein wurf für uns ich muss mich noch ein bisschen anders auf fifa gewöhne weil schon gerade vor ein paar minuten das letzte spiel von fifa 14 let's play aufgezeichnet andere grafik andere steuerung dauerlich ein bisschen rein so kein abseits die fehlen im moment noch ein bisschen die d weil die stellen sich doch ganz gut hinten rein boah übles foul das macht der schiedsrichter er gibt dem spieler die gelbe karte 14 minuten verwahrt das kopierende direkt zu holen schlecht war er nicht der kopfball war doch etwas zu weit so büms ist es in unserer hälfte wir kommen jetzt gefährlich nach vor vor vorsicht hier schön gutes abwerten colase gestalt passt und gehen auf die andere Seite So hat das nicht mit Unvermögen zu tun. Die stehen einfach gut. Also ist hier die Fahne hochgehoben. Der Fiesisch hat noch vorteil gegeben, dass er ist noch bei. Cool pariert für meinen Keeper. Ecke für den Gastgeber. Aufpassen. Rausköpfen! Kommt, ruf gehen. Jawoll. Das macht die Mäler. So, das Tor kann jetzt das 1 zu 0 werden. Ist's aber nicht. Mann! Das wird noch im Laufen des Parts besser. Fast prächtig. Was jetzt? Abseits. Machen wir mal kurz und schnell. Galerie. Was. Mal kurz, nein! So. Wir classen! Wir laden! Sind wir schon im Tor ein bisschen näher. So. Der nächste Schuss ist drin. So weit komm ich gar nicht. So ein Wurf. Schlechter Schuss, aber auch gut gehalten. Kleines 65% Ballbesitz, nur man konnte mir bis jetzt noch nichts draus machen. Dann kommt die Gegner über rechts, ein Wurf, und dann waren sich die Spieler am Seitenrand warm, dass man es so alles sieht, während die sich den Ball holen. Herbes, sorgt dafür, dass ich jetzt kein Herbes kriege. Ecke, vier Minuten Nachspielzeit. Abstoss, oder? Das dürfte auch jetzt für die ersten Halbzeit gemessen sein. Nee, nur zu ganz. Die zweite Halbzeit muss deutlich besser werden von uns. Ah, das machen wir schon. So. Ja, das geht schon noch ein bisschen mehr Risiko. Damit bringe ich mich ja aus. Waren wir nicht so Wartengraben zu kriegen. Da krieg jede Faser meines Körpers mit, wie ich jetzt playe. Nein. Geber ist vorm Kopf meines Spielers dran. So, ich muss jetzt mal was einfallen lassen. Denn im Entschieden will das bestimmt nicht hier enden. Sehr schön. Macht ihn jetzt. Oh Mann! Das ist schwach von mir, oder? Die Gäste haben gewechselt. Kapira kommt für Karaschko. Hab ich da die Gäste? Es ist die Gäste. Entschuldigung. Aufpassen. Jawohl. Komm, Hälfte nach. So, Ballbesitz haben wir jetzt. Mensch, lauf doch morgen. Abseits, oder? Es kommt kein Pfiff. Ohhhh! Das gibt's nicht. Ich glaub dafür tun ich dich feuern. Ist das Kündigungsgrund im Fußball? Da werden schon einige arbeitslos, oder? Und da ist das Einzel! Jawohl! Martinez, er löst mich! Oh! Mann! Ah, das Spiel ist geil. Oder? Ja! Juan Manuel Martinez ist mein Held! Er schoss das 1-0! Trägt die Gäste in Führung! Boah! Vorteil! Abgepfiffelt! Was macht der Referee? Da geht wieder Gelb! Nur Gelb! Dieses Foul! Marie! Oh! Schlecht! Ich glaub so, die paar Minuten brauchst du zu wechseln. Ja doch! Dabei ist es aus! Guck mal im Ohr! Gargo ist platt! Davon lassen wir Castellini dran! Der ist noch platt! Innenverteidiger! Haben wir noch einen auf der Bank? Ja! Und dann noch der Acosta! Machen wir den da dorthin! Tauschen wir den da! So! So! Ja! Da gibt's 40 und 10! Und brauche nicht alles 100 Mal zu zeigen! Der Fußballschwein! Der Spiel verleitet! Ganz sicher, Ori! Orion! Wo spielst denn du hin, Martinez? Konzentrationsschwäche! Geld schon noch zu spielen! Wie das ein magieres 1 zu 0! Aber gut! Soll vorkommen! Boah! Einwurf! Gut! Eckfallen haben wir noch! Soll! Ah! Schlecht gemacht! Auffassen! Vorteil! Kurze Orion! So! Schlechter Abwurf! So! Haleri! Ah! Was machst doch du! Nichts Gutes! Das sehe ich! 2-0! Das ist die Entscheidung! Wir nehmen die drei Punkte mit! Jawoll! So, wenn wir jetzt gerade so gut dabei sind, machen wir jetzt noch eins. Was gibt dir jetzt Freistoß, 5 Minuten Nachspielzeit, sind wir in Brasilien bei der WM oder was? Oh, ist hoch zum Kopfball. Schön dazwischen geworden. Oh Mann, betteln ihr jetzt was? Heißt ihr Deutschland? Abseits. Das muss es doch jetzt endlich mal gewesen sein. Schluss! Boah, Puls runterfahren und dann gehts weiter. Siebter Spieltag. Lassen wir mal die B11 ran, will ich sagen. Okay, siebter Spieltag. Wir spielen jetzt gegen Belgrano Cordoba. Boah. Gut, lassen wir gehen. Weiß spielen. Okay, Mannschaft ist top, oder? Also auf gehts. Flach passt, ne. Schade, bis es geladen ist. Die Zeit Hamayo, oder? So, dann auf ins La Bombonera. Und am Pfiff. Und hier sehen wir noch die Ausstellung bei der Teams. So. So. Ich guck mal, dass ich ein besseres 1. Halbzeit spiele. So. 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 Das erste was ich schon gedacht habe Wie ich an Cordoba gelesen hab. Acosta. Boah. Schlecht. Versuch zu tunneln. Aber der Tunnel war zu eng. Da muss ich raus ru factsäome mit Keeper. Glück gehabt! FIFA 15 ist kein Zuckerschlecken, egal auf welcher Stufe. Das ist geil. Jedes Spiel ist neu. Die gehen aber richtig stark. Jawoll, schön. Und jetzt nach vorn. Jawoll, schön. Etwas machen mit was die Nitrechne. Und, ja. Was jetzt? Die Konkurrenz sind abseits weiter. Wo war denn das abseits? Der spinnt doch total. Mal. Kaleri. Ja. Gleich das erste. Der erste Hammer sitzt. Doga Judas hört. Im eigenen Stadion in der 23. Minute. Das ist Jonathan Kaleri. Äh, Kaleri. Schöner Pass. Schöner Pass. Können direkt. Mensch. Die Kran. Die Kran. Gespitzelt 2-0. Dann nutzen wir das Chaos in der Hintermannschaft aus. Da haben sie uns kurz eine Bedrängnis. Doch nach dem 1-0 fallen die Tore. Äh. Frisch und die Dämmel. Das meint es. Das heißt, da kann ich nicht wegdrücken. Ich muss warten, bis das EA Sports Logo kommt. Und wie das ist. So. Von der Costa. Von Bek. Gras. Bekran. Und darf viele anstoßen. Und sie schenken mir den mal. Zwei Monate vor Weihnachten. Kommt da keiner, um mir zu helfen? Doch. Garo. Da steht der Keeper im Weg. Furcht. Jawoll. Erpes. Bleibt dran. Boah. Schöne. Zu weite Flanke. Marien, lauf mal ab, heute bald. Los, jetzt musst du das richte, Echevira. Oh oh. Gut. Ah. Ist doch mal gut gegangen. Oh oh. So. Auf was eine Ecke kommt. Sehr gut. Komm, lauf zurück. Weiter dabei. So. Jetzt mit dem Dortmund gehen. Der reagiert nicht sofort. Oh nein 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 nein. Wieder Riesenschwein. Mann, die Bettel. Noch steht die Null. Heute direkt. Ja, bisschen heftig abgekriegt. Oh lauf über den Torabstoß. Jöbel, Karo. Was denn jetzt denn? Für uns? Hä? Wo ist denn das? Ich hab nichts gesehen. Ich fang aber schlecht und schießt sich das an. Der war nichts. Vier Minuten. Oh. Mensch. Hat doch immer den Fuß davor. Wie oft die Spielerwechselstoße. Es gibt nur Freistoße hier. So. 2 0 schon mal bessere halbzeit als das mal so dass man die noch so viel schon spielen geniak viel bezahlt dass sie was aushalten schlechter fass ich habe nur zu wenig nach links gelegt abschlag hoch zum kopfball also steigt auch nicht der gegner am kind im training da ich sehe klasse es Spaß! Jawoll! Sauber! Vorbeigetrennt! Das machen wir noch einen schöner, langsamer Gegenanggriff. Da greift keiner! Kale! 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 Habe ich das gesehen?! Dann hat uns Audienz gegeben So kommt weiter! Wer ist hinüber像? Hago! Was sind... die... Innenverteidiger eigentlich? Heiran Tagㅎ Galusio oder was? Dann nehmen wir zu noch Martin Essex raus, Fiera, Chavez... aber ich bin jetzt noch gemacht er hat doch schon angepasst eben oder? nein schießen wir machen keinen ansteigen aber er macht einen ansteigen den Ball weg zu pusten auch der Gegnerwechsel Fahre für Pitinari das konnte ich alles um die zwei FIFA 14 gar nicht weiß ich euch schon dass 66% meiner Pässe angekommen sind das kann ich euch jetzt verblicke das ist herrlich schon wieder nicht nach links geguckt so ist hoch komm schieb noch ein da kommt er noch runter schön gemacht schön drauf reagiert war schlecht umgesetzt der Plan zum 4-0 war war die gehen aber auch rein bin ich aber geil das muss man mal schicken dürfte kein abseits sein kommt doch mal einer mit kommt doch mal einer mit ach wenn hier was für nach innen ziehen gehört da ist das hier da ist das hier 0 damit hat die Türe gar nicht wechnet oder das ist sein 3er Park das ist sein 3er Park 08 in der Tourneo initial der 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 Aber man merkt sich viel an, sie sind müde. Ich bin beim nächsten Spiel nach Hause. Ja, auf zu grenzen, wenn der Abseits schwingt. Das ist unsportlich. Ein Schiri, ein Schiri-Assistent darf keine Emotionen zeigen, oder? Ich müsste eigentlich gelb geben. 5 Minuten nach Spielzeit. Schiri ist großzügig, du bist da. Valerius Blatt. Kleines Stück Pausen. Neune Runde. Neun Baller hinein. Gut, dass da ein Netz hängt. Das wird das letzte gewesen sein. Oh, die 3 Minuten bleibt eingeblendet. Das ist geil. Hab ich auch nicht besucht. Und Schluss. Jawohl. Sauber. Gehen wir uns wieder ins Menü. Lassen wir den Kalender blättern. Ja, geben wir dir eine Pause. So. Neunter Spieltag. So, Entschuldigung. Ist erst der 8. Spieltag. Ich hab mich um einen Spieltag verrutscht. Es tut mir leid. Gehen wir mal ins Büro. So. Spiele ich mal. Dann spiele ich mit denen. Ich hab's ja eben angekündigt. Ich hab's mal sehen will, was die können. Ich kann den einfach mal ein Spielpause machen. Ich finde, dass er an sich verdient. Ich hab's ja schon alles überlegt. So. So. Das müssen wir den nochmal machen. Ja. Und wir schauen. Hier hin. Haben wir eben den Kapgäs. Lass die dann auch durchspielen. Schauen wir noch die anderen. Wenn es schief geht, nehme ich es auf meine Kappe. Achter Spieltag, Atletico de Rafaela gegen Pogayunas. So, wie ein Anstoß. Mit völlig strichenden, unverbrauchten Spielern geht es jetzt an, es wäre 3 Punkte mitzunehmen. Das war aber mal schlecht. Mehr schlecht als recht. Lass sie sich austricksen. Nein, er gewinnt den Zweikampf. Mal sehen, ob er schön durchdürfen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Achter Spieltag. Achter Spieltag. Jetzt gehen wir noch mit in. So, wunderbar. Kippen wir weiter. Lauf doch durch. Ich habe mich schon gesehen. Einmal. Ich werde es auch genießen. Ich werde mich aber nicht so nach Druck setzen, wie die verfehlt sind. Nein, das habe ich einfach genießen. Egal wie lange das jetzt geht, dauert. Das ist mir schnutz. Das ist mir schnutz. Komm, mit zurück. Aufpassen, Leute. Wir machen ernst. So. Jawoll. Schön. Lass die Kugel laufen. Lass sie ins Tor tanzen. Komm. Und hier ist ein Zweikampf. Ja. Wie geht denn? Kann er ja nicht. Nein. Pfiff. Es geht weiter. Boah. Schlechter Pass. Den Stoff besser allein machen sollen. Aber ich wollte. Ich bin halt zugänglich. So. Ich bin Teamplayer. Ja. Na. Der Gelb. Schön durchgesetzt. Abseits. Jo. Werden wir stehen. Wir warten auf den Pfiff. Halbe Stunde im Spiel. Noch 0. Doch. Josef. Ja. Weil das ist sehr schön. Würden wir gehen dann? Ich bin ehrlich. Ich bin in groß. Und da ist die Führung für die Gastgeber Oh oh Geht erst mal Aufweich 1-1 1-1-0 kam zur rechten Zeit Jetzt bin ich schwach Was? Da gucke nur, was? Hier ist das Zungenkrepper Sehr schön Aber ich muss sagen, ich habe auch nicht drum gebettelt Jetzt kriege ich Schluck auf mit dem Let's Play Geht doch nicht Oh echt, da war noch einer dran Oh echt, da war noch einer dran Oh echt, da war noch einer dran 1-1-1-0 kam zur Halbzeit 1-1-1-0 kam zur Halbzeit So So Die Klotten war ein stück arbeit aber ich liebe das das macht der fußball aus das ist spannend äh äh du musst keinen abseits greifen hauptsache spielfluss kaputt da wo bin ich denn doof geworden oder wars da ja ich means ab Mensch, du spiel doch, Idiot! Wer ja peifst jetzt! Mau! Trefft du mit der Poste! Kommt davor, wenn man zu weit in die Ecke zieht! Was ist denn das für eine Muggi hier? Argentinische Rhythmen oder was? Was ist denn das für eine Muggi? Die schlechtesten Ecken ever! Wenn das Endseins ausgeht, streicht euch die Gehälter! Die machen jetzt ... Mann, dann mach es doch, du Idiot! Der Torwart guckt so wie ich! Der ist drin! Eben beschwere ich mich noch über die schlechteste Ecke ever, und da kommt so ein Ding, und bringt mir die Führung. Das Spiel in der 82. Minute gedreht. Zusammen, jetzt machen wir noch das 3-1, komm, 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 Ball. Noch 5 Minuten, ich gehe auf dem Stuhl hier ab, hier zäppchen, das glaubt ihr nicht. Oh, geh doch vorbei. Komm, ich gehe auf dem 3-1, alles andere ist tödlich. Komm, da bleiben wir jetzt vorne, wir beißen uns jetzt da dran fest. So, die Nachspielzeit läuft, 5 Minuten. Oh, nein, 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 nein. Komm, das lassen wir nicht zu. Ich will nicht, dass wir jetzt mit dem Herzen fangen. So, der Ball ist draußen. So, wir haben alle Möglichkeiten dieser Welt. So, schön. Oh, Pfosten! Und das ist Schluss! Sick! Sick! Und was hier ein Hammer geiles Spiel. Das müsst ihr selber zugeben, oder? Das beste Spiel, was ich gezeigt habe. Niemals aufgeben, Leute. So, jetzt kommt der eigentliche neunte Spieltag. Wir empfangen den Racing Club. Oh, wir haben schon wieder Post. Habe ich doch schon vor dem Ebenenspiel gehabt, dass die schwarz auflaufen. So, ich hoffe, dass meine Spieler jetzt gut und ausgeholt sind. Also, dann, der Spieltag. Und ein Pfiff! Oh, jetzt sagt Pfiff Pass. Tut der gleich schon weh? Nein. Boah. Besser hätte der Kinder mit dem Foul und der Verletzung enden. Und dann noch ausziehen. Martinez mit dem Elke ziehen. Der war doch jetzt mit dem Aus! Schiri-Assistent! Zieh die Brille auf! Man sollte keine kurze Schiene schieben. Schön durchgelassen. So. Ich wollte es zwar auf die Pausen. Aber schlagen wir uns durch die Mitte durch. Mit einem Schrei-Pass. Da kommt noch Fragen! Wie geht denn das? Ich mach mal in die Fernbedienung schon schräglich. Ich muss nicht die noch dran glauben. Zum Beispiel, ich hab mich gefragt, ob ich dich hin, bevor der abgestoßen hat. Bei der Brasteil nur. Hat sich doch noch was ist. Wund ich doch ein bisschen gemütlicher. So, Herbis. Verlieren. Mach das! Yo! 1-0! 16. Minute! Zu Hause zu spielen ist schon eigentlich gar nicht so schlecht. Jawoll! Schöne Szene! Der Kopf durch die Box gesteckt. Das kommt aber auch nur im Computerspiel. Ich glaub, der hätte übelst Kopfschmerz. Daran müsste W.A. noch arbeiten. Schön. Steilpass. Komm, rück mit aus! So kannst du es machen! Oh, wie doof bist du denn! Idiot des Tages, oder was? Aber vor der Lotte! Das war nicht mehr Arbeit, Leute! 200%iger! In so kurzer Zeit versammelt. Das kann sich noch rechnen. Aber es sorgt dafür, dass ich es nicht rechnen soll. Komm, da zieht doch mal den Steilpass durch! Scheißdorf, folgt und leid! Scheißdorf, folgt und leid! Boah, da greift er ab! Was denn jetzt? Kann man hier ein Fußball spielen, ohne dass ihr euch ständig einlischt? Wie kein Elfmeter, ich bin im Gesicht getroffen worden! Wie kein Elfmeter! Bei Schalke Funktion jetzt doch auch! von Eis! Und da geht's noch nicht. Keine Sorge, das ist nicht für Langeweile. Langeweile gibt's hier nicht! Etlich mal ein Flieger, wo kein Langeweile ist, he? War ein Spenzen, aber... Sag mal, spielt ihr noch mit? Danke. Die scheinen mich zu Müll. Boah. Was war ihr denn da? Treiben wir doch mal den Ball für den Spieler an. Da schießt doch, schießt doch, sobald ich 3 drücke. 11 Juli. Wie kommt ihr jetzt auf 5 Minuten in der ersten Halter dazu noch? Das Halter wird es ja noch gerade so verschmeißen. Wohohohohohohohohohohohoho. Da muss auch mal aufpassen, bin ich doch, boah. Schon wieder. Gibt keinen Wechsel. mit der fähig in kein gegen bin ich absolut sicher ich kann euch auch auswechseln dann guckt euch schon die tribüne halt alles an hatte sogar bessere übersicht als jetzt gibt dir den elfmeter der idiot ich bin elfmeter killer der zweite gehalten von 2 verletzt dankeschön dazu noch der gargut wunderbar hier 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 Und wer kiegt der gerade denn? Jetzt kiegt der gerade ein. Na gucken, ob ich es besser mache. Ich habe den Schatten noch nie in der Fliehe, oder? Zumindest hier ein tiefer Hofzug. Geht das so wie ein tiefer 13 auf den Lüge? Ja. Oh, leck! Rutscht der aus! Hä? Wie kommt denn so ein Schuss raus? Sagen wir, man nimmt ja Drogen. Muss man fragen? Ist der Kontrolle sich schon kaputt? Ich kann nicht nach rechts, habt ihr es gesehen? Dann lassen wir das Koopos ran. Oh, ich habe ihn nach links betrifft. Wieso rutscht der Idiot raus? Der gehört auch auf das nächste Spiel auf der Gang. Da soll man drüber nachdenken. Das ist so peinlich, wisst ihr das? Alles war genau im grünen, oder? Also, daran kannst du nicht gelesen haben. Wo ist der Ball überhaupt hingeflogen? Wahrscheinlich irgendwo... ...Holigan. ...Holigan. Und ich könnte kotzen. Aber übelst. Ich werde mit jeder Minute schlechter, oder was? Das ist nicht mal ein Monat alter Controller. Ist halt nichts für Nintendo. Die Spielung mit dem allerersten Controller... ...NES... ...Tadellos. 2,1! Das ist die Führung! Und der Starte und BIP! Was steht das denn? Das ging aber auch mit Sicherheit, die Nachwirkung kommt nicht mehr. Ich bin total irritiert. Und das wird nicht mehr. Neuheit! Ich konnte noch ein bisschen Frusten treiben. Sein zehntes Tor! Ich glaube, der führt die Riste an. Hallo? Sag mal, hat die Schießbrühe noch auf der Latte stehen, oder was? Was? Was ist jetzt auch noch wehgetan? Weichflöte. So ein Scheiße rumschießen, oder noch? Aua machen, oder was? Was? Das letzte Mal macht oben nicht. Ich glaube, hier schiebe ich. Wir wollen schon mal was in die nächste Spiel einfallen lassen. So kann es auf jeden Fall nicht weiter. Abgefälzt! Woa! Woa! Was? Definitiv! So, machen wir es zweistellig. Zehnter Spieltag. Wir sind zu Gast bei Rosario. Central! Jetzt gucken wir mal die Post. Wieder verletzt. Was? Drei Monate! Na toll! Gebrochener Knöchel! Die Chance kriegst du definitiv! Wo ist er denn? Zeig mal was du kannst! Ja! Hoffe ich mal auf ein echt besseres Spiel. Denn schlechter kann es nicht mehr werden. Und dann gibt es entweder Unentschieden oder eine Niederlage. Und so weit will ich definitiv nicht kommen lassen. Das war ja schön ein... Das war ein Einsatzbülle! voll schön reinhauen aber jetzt nicht den Spieler so gemeint nicht falsch verstehen ich möchte, dass die Spieler sich richtig reinfressen in jeden Zweikampf ihm geht es der ist aber nur gefühlt, weil der Foul ist Sachsisch geweigert hat, an den Ball zu gehen sehr gut schöne Defensiv-Abball bravo wie so peift es in Splashy na Mensch, du schießt doch direkt, Mensch! Das hat eh Abseits geprüft, ja? Zulut entscheidet, schießt sich damit. Oh, Mann! Kein Tor. Dann hat der Kieper den Ball. Er strischt den Ball in unsere Hälfte. Ich hab auf den Abseits geprüft. War schön vorbeigeplätscht. Die macht aber auch nur halbe Sachen, oder? Ja. Oh, Schiri! Ich wollte es kalt sein, ich würde es nicht geprüft werden. Weil ich tut angelacht, gut aus. Das war schon der Spray. So. So. Wenn ihr das nicht macht, schmeckst du dich aus. Mensch, ich mach das da nett oder was? Mann! Ich treffe alles nur durch das Tor oder was? Ich treffe jetzt mal auf. Was ist denn so? So, ich jetzt mal auf. Es gibt jeden Moment Taktik, für mich zu freuen. Die Art und Weise, wie ich schon mein Spiel effektiv überhaupt. Und Halbzeit. Ins 0. So, Halbzeit 2. Und sie wechseln zur zweiten Halbzeit. Boah, schlecht gemacht. Und er bedankt sich. Ein Abseitszug. Sieht nur die. Und er bedankt sich. 2-0. 2-0. 2-0. Los, hoch zum Kopfball. Der bleibt einfach stehen. Das war Hand. Ecker. Ecker. Der bleibt definitiv eine gelbwürdige Hand, oder? Ah, sehe ich das falsch. Lass mal einen Gieser ein ran. Ich bin ja auch kein Unmatch. Er will nicht rein. Er will einfach nicht rein. Ruhig. Da ist ja schon nichts. Das ist einfach mit mir geschehen. Da sind wir nur Passagiere. Wenn es passiert. Boah. Einmal ein Arschloch seinen Entwurf halten. Ich meine den Durchschuss. Nicht das da. So bin ich nicht. Auf was sind die Linke 11 Meter. Nochmal gut gegangen. 3-0. Hätte die Heckabnahme mal getroffen. Nicht schlecht. Also mir geht es nicht darum in den Spiel die Gegner fertig zu machen. Bis ja alles gut entsteht. Aber mir geht es einfach darum. Ich will auch die Spiele. Hier. Wenn ich hier passe, will ich dass die Aran kommen. Ist doch klar. Aber ich bin nicht richtig. Dann hier ist alles richtig. Ich weiß nicht, wie ich das sind. In der Gegend, wo bin ich ja. Ist doch klar. Natürlich ist es ein Zugang. Und ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass die Aran kommen sind. Aber ich weiß nicht mehr die Aran kommen. Ich weiß nicht, dass die Aran kommen. Wir lernen das. Und jetzt ist das die Null Stimpel. Mal wieder. Sehr gut, dann freien wir uns mal. Nachspielzeit 3-0 ist okay. Die Nachspielzeit passt mal. Jetzt ist Schluss! 10-0 gewonnen! 1-0 So gut kann ich mich freuen. Nationaltrainer auf Pferde. Ableh natürlich. Lange Pause. Was ist das? Wie kann man das eigentlich gleichzeitig machen? Nationalelf. Und wisst ihr das? Ihr Profis. Von den neueren FIFA Versionen. Lass mal mehr oder elfte Spieltag oder? Also dann los. Wir empfangen Neville. Old Boys. So, dann lassen wir das Spiel mal laden. La Bombonera. Und antrifft. Die Gäste stoßen an. Und Schuss! Und früh ist 1-0. Zweite Spielminute. Das geht immer früh los hier. Ah, Kosta ist die Torschütze, wie es aussieht. Direkt am Anfang hellwach. Super Leute. Tschöi. Acosta. Mit 1931. Und das Spiel wurde wieder angepfiffelt. Los ins. Hoppall. Weg damit. So. Pass mal nach innen. Schön läuft der Ball hin und rein. Direkt schön und schnell weitergegeben. Ah, das war schlecht. Ich hab gedacht, der läuft durch. Der Martinez. Aber er hat's doch nicht getan. Jawoll. Schön. Schön vorbei. Abgefasst. Tor. 2-0. 14. Minute. Uneignötig. Und wie lackerflockig schon hier in der Ecke geschoben. Ich würde sagen, meine beste erste Halbzeit in diesem Bad. Dann wäre es doch schön. Oder wie beim Zittern? Mir ist das noch okay. Oh, was ist denn? Ah nee. Sehr gut abgefangen. Ich bringe noch den Ball raus. So. Schlechte Umsetzung. Los wieder in 2 Gramm. Jawoll. Gut gemacht. Ah, Frankdorf. Eckbahn. Ne? Torpschoß. Gibt's nur. Der Wall fliegt in unsere Hilfe. Nicht mit der Kopfball zurückgeschickt. Ne? Wo ist es wieder ein Ball? Castro. Verliert den Ball an Acosta. Der geht jetzt mal über rechts. Gespielt auf Erbis. Und der Versuch. So schießt direkt auf den Keeper. Auf des Keepers Prost. Esche Vera. Ah. Uff. Wird er sicher abgefahren. Was hat der Tor jetzt? Und jetzt. Ich bin übersteigert. Und jetzt. Ich bin übersteigert. Was. Aber der war verbissener. General. Old Boys Verteidiger. Das ist jetzt. Einwurf. Okay. Und in der Kamera. Habt das gesehen. Wir befinden uns in der Endphase. Die ersten Halbzeit. Hey. Hey. Die Partie hat doch etwas abgeebbt. Wir haben ja schon was der Schieße schon noch tauft. Auf die. Der vierte. Werferie steht schon unten an der Seite. Es hält die Tableau. Eine gute Nacht gezeigt. Ist okay. Ist mal angemessen. Und Halbzeit. 2 zu 0. Der Berg sieht die Seiten. Und dann kann auch der Referee schon zur zweiten Halbzeit anpfeifeln. Und zwar jetzt. Versuchen wir mal mit schnellen Tests nach vorne aufzukommen. Ja. Sieht recht flott aus. Oder? Sieht aus wie Fußball im Leitersein. Oh. Erwes hat ein Kreuz. Er ist verletzt. Aber ein bisschen. Ich spiele noch recht. Und dann geht es mal eben nach Hause. Hab ich nicht mitgekommen. Toll. Klasse. So. Weil das ja wohl eben Strauchraum gelegen hat. Eckball. Machen wir das doch gerade. Hat ein Pflaster. Als ein Ball. Vor allem noch Hoopers. Na dann. Dann hat er jetzt bei der Ecke. Schlecht. Schlecht. Und die Gäste haben auch. Äh. Genau. Die kommt hier. Fahrveli. Und der Keeper taucht ab. Und fängt das Teil zu 0 ab. und dann. Mal sehen wir sie auch. Die Seite. Ähm. Das ist eine andere. Das ist ein guter Noah. Ein Raunen geht durch das Stadion. Geil. Absatz. Verwechsel bei den Gästen. Konzerbeinung für Figureroa. Figureroa. Auch hier. Ein paar bloße Zweikarten. Kaine geben wir gerade noch mal Glück gehabt. Ein anderer Ferien hätte sich gleich gezückt. Gut abzufangen. Also gut gemacht. Alright. Komm schon wieder ab. Ja. Das macht schon was. So. 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 ja doch ja also dann zwölfter spieltag wir sind zu gast beim c artikel gespannt wie ich mich so machen in meinem neuen 6er ist da der präsident Hände! An Ampfiff, Halbzeit 1! Die Gastgeber! Arm angestoßen! Die von links nach rechts! Blau, roten Trikots! Egal! So, das ist ein Ballbesitz! Schlechtes Zuspiel, ich dachte, der läuft hier halt mit! Ich hab dem Vertraut! Was damit läuft! Kann ich auch so sehen, er hat das! Schöne Musik! Schöne rhythmische Musik! Ersatzstil! Wir gefallen! Aufpassen! Erste Ecke! Für die Gäste! Für den Gastgeber! Mann! Los rausköpfe! Komm, lauf! Lauf dir! Gewollen! Nein! Doch nicht! Schööön! War nicht jetzt ausgelaufen! So! Kuba! Bravo! Zieh Zieh Was sind denn die Schuhe gesteckt? 00! Valeri Kein Freistoß Für die Gatsgeber Für den CR Kiko Gibt's keinen Freistoß Der lässt viel auf und hab die Schüsse gesteckt Ist auch gut Geht der Spiefluss Aufpassen! Hoiuiuiui Weg damit Der landet der falsche Spieler Der gehört nicht zu uns Acosta Schön in den Lauf Caleri Aber der ist zu weit Der ist schon da Der darf sie ja Der steht dabei Bei unserer Elfter Der dabei kommt wieder zurück Mit DHL Mit DHL Und dem Oh, schlechter Pass. Irgend so viel richtig gemacht, das macht genauso viel wieder falsch. So, machen wir mal ein schöner Spielaufbau, aber nicht so. Ah, ich krieg ja nichts richtig hin in dem Spiel. Jetzt aber jetzt versuch ich es aber. Allein! Mann! Komm, lauf weiter! Es ist... Mann! Mann! Nehmt das wieder, nicht drauf! Mann! 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 Und da ist das 1 zu 0. Mit ne Einzelaktion. Und dieses Tor wollte ich mit Gewalt. Und ich hab mich endlich belohnt. Mann! Unerehrt sich. Kann ich verstehen. So kurz am Halbzeitpfiff noch einen zu kriegen. Das erste ist immer scheiße. Und das ist die Halbzeit. Richtig später für die C-Artikel. Aber so ist Fußball. Es ist erst vorbei, wenn der Schiedsicher abfeilt. Und so lang kann immer etwas passieren. So, jetzt versuche ich mal besser die zweite Halbzeit zu spielen als die erste. Die war ja krottig. Komm, mal richtig in 2K-Frieden. Kein Hasenfußball spielen. So. So, jetzt machen wir das mal schön und anständig für unsere Zuschauer. So. Mensch, ihr lauft doch mal mit. So. Muss ich eigentlich Fußball erklären oder was? Ihr könnt dafür bezahlen, nicht ich? Kopf ab! Ah! Übers Door. Schlecht war der nicht. Kann sie gehen da hin. Hat mir impoliert. Na ja, ich impolierte auch. Wird abgefälscht. Ah! Kosta! Auf dem Toiletok schossen! So. Hm. Oh, was für ein Pass! Martin jetzt. So, jetzt wechsel ich schon mal aus hier. Mal ein bisschen Veränderung hier reinbringen. Oh, was für ein Pass! Mal ein bisschen Veränderung hier. Hallo. Uff lack hier krause. Ach, nein. Das hab ich mal bei Power Rangers gehört. Der Schiedsrichter ist zick! Rot! 34. Minute! Rot für Erik Goloi! Vom CR Tigre! Der Schiedsrichter ahnt dieses grobe V-Spiel! Und 2-0! Eigentor! Gute Vorlage, oder? Das war so geplant! Aber nicht mit einem Spieler von denen! Sondern vom einen! Ist wie es ist! 2-0! Und Acosta! 3-0! Hau mal gerade euren drauf! Sieht ja so hoch am Spielstand! Da ist ne rote Karte mit drin! Und da ist das denn! Hab ich auch noch nie gesehen! Sehr innovativ! Der ist aber auch reinges Herz! Alle zurecht gekriegt! Aber zurecht gekriegt! Gab sich die Saison in echt noch gar nicht so viele Energonen Sieger! Den Doppelschlag stecken die nicht mehr weg! Das ist mir sicher! Rote Karte! 2-0! 3-0! Und das 2-0 war noch ein Eigentor! Der Freistoß war aber gut! Der Freistoß war aber gut! Und sie werden von der eigenen Fade ausgefüllen! Ich glaub der war noch abgefälscht! Jetzt hatte der so ne komische Flugbahn! Ja! Ich hab's auch gesehen! Die Twitter hat den gehalten! Tor ab Schluss! Was jetzt? Abseits! Hör auf zur Grenze! Du darfst nicht grinsen! Schiedsicher dürfen das nicht oder? Schiedsicher Assistenten! Schiedsicher Assistenten! Schiedsicher Assistenten! Die dürfen nicht so grinsen, wenn sie Absenzen zeigen! Da hätt ich bestimmt gefreut, dass er uns bei Ulrich kommt! Ich glaub das nicht mehr ist keine Schiedsicher üblich! Wenn wir mal reingucken! Ich glaub nicht, dass er nach ne anderthalb Stunde da guckt! Immer noch guckt! Latte! Und vorbei! Doppeldoof! Ich kann das genauso machen wie der! Ich könnte auch drauf raus sagen, Mann! Schicklari! Überziehungapparat, oder? Angeber. Ach, bravo! Na bravo! Lass' ich das Magazin aufregen, da. Felsführende! Ja, oben gerade in zwei Tore. Ein paar Auswechslungen, okay. Wie schmeckt das? Gießt man nicht. Mit den Längen der Nachspielzeit. Und? Wieso jetzt schon wieder Upside? Grinsebacke. Schickliotti. Noch einmal Eckball. Wahrscheinlich die letzte Aktion in dieser Partie. Ich will noch mal so eine hinzukriegen. Und da ist Schluss! Er pfeift ab! 3-0 In zwei Spiele haben wir den Part. Oh, 13er Spieltag. So. Wir haben den CA San Lorenzo zu Gast in unserem Stadion. Der andere Acosta möchte mal spielen. Ich denke, ganz besser wie Coopers. Das alles noch mal zeigen. Cool. La Bombonera. 13er Spieler. Los geht's! Ja. Ist der ausgerutscht oder hat einer von den Niedereinen mitgegeben? Er wird dann sofort entlassen. So, sowas ist unsportlich. Und sowas möchte ich in einem Team nicht haben. Boah. Eckball. Gucke. Wir gehen direkt ab hier. Ja. Gucke. 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 Ganz sicher. Schlecht gemacht. Gucke. 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 Oh, schade. Schlecht war die nicht. Die war nur zu unplatziert. Gucke. Und etwas zu weit. Und etwas zu weit. Gucke. 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 Schade. Gucke. 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 So, jetzt will ich einen schönen Angriff sehen. sehr gut schöne Flanke ach, weggerutschter Ball irgendwie kriege ich in diesem Part keinen richtigen Zug zum Spiel, oder? oder fällt das nur mir aus? wer will denn zu Recht, der Part? Eeeey ich hans gesagt ich will sowas nicht sehen das gilt als Warnung noch einmal und du fliegst die Hand hat da nix zu suchen aber schichten du Vollorts hin dann wahrscheinlich 0-0 zur Halbzeit und Halbzeit da muss jetzt einiges mehr kommen in dieser zweiten Halbzeit Mann, da bewegt dich noch mal 1 Meter zurück du fauler Sack du weißt du weißt Bist ihr was Ballkontrolle ist? Nicht das, was ihr da macht. Ja, der ist drin. 56 der Spielminute. Der Gastgeber führt. Cey Acosta. 1, 2. So, dann legen wir gleich noch eins nach. Schön, holen wir sicher mit und jetzt rennt er mit. Einwurf. Machen wir Doppelwechsel. Wo spielst denn du hin? Wie vernitt er denn, wo ich hingeziehe? Ha! Mön! Ecke, oder? Der hat ihn doch dahin geköpft. Blind, oder was? Oh, wo schießt denn der hin? Und Giesel-Urser kommt für Roma Gnodi. 8 zu 1 durch die Sünder. Einer drin! Ah, es reicht zum 7. Aber nicht, wenn ihr noch eine macht. Abseits. Oh, ich putze, ich... Oh, leck! So gut. Aber gut gemacht. Ne, du rück doch mal in der Schnelle. Da! 2-0! Das ist die Entscheidung! Jawoll! Das war doch geil! Deswegen lieben Schussball! Hammergeil! Warum, der legt immer noch nach! 3-0! Die Schatzstache ausgerutzt! So schnell geht's, plötzlich steht's 3-0! Das war nicht absehbar! Und der Stadel bebt! Und der Stadel bebt! Und wer dran! Das ist kein Zuckerschnecken! Aber wenn's mal läuft! Dann läuft's! Dann läuft's! So! Oh! Forsten! 4-0! Nachspielzeit! Ich höre doch eh mal was Schönes hin! Die Ecken kommen jetzt! Dann kommen wir richtig raus! Warum schieße ich eben auf den Torwart! Schluss! 3-0! 2-0! So! Meine Damen und Herren! Das war unser 8. Spiel für heute, Reis! Das war auch das letzte für diesen Part! Wir begeben uns zum 14. Spieltag! Mittag! Dann macht das doch! Mensch! Ich lasse mich überpressen! Oh! Im nächsten Tag gibt's dann ein Top-Spiel! Gegen Riverblade! Ich bedanke mich für's Zuschauen bei Let's Play FIFA 15 Part 2!